Bezahlen kann so einfach sein. Mit Visa Debit, der neuen Bankkarte von Visa. Fragen Sie bei Ihrer Bank nach Visa Debit. Der Bankkarte, die alle wesentlichen Bezahlfunktionen des täglichen Gebrauchs vereint. Egal ob im Internet, in Geschäften, im Restaurant oder unterwegs auf Reisen. Kontaktlos kleine und große Beträge bezahlen, ob mit der Karte in der Hand oder Mobil, wenn Sie die Karte in Ihrem digitalen Portemonnaie hinterlegen. Ihre Visa Debit-Karte ist immer dabei. Einfach überall. Mit Visa Debit werden Ihre Zahlungen direkt auf Ihrem Konto verbucht und Sie behalten die volle Übersicht über Ihre Ausgaben. Sie können Visa Debit nahezu weltweit einsetzen und das einfach und sicher, dank dem Visa-Zahlungsschutz. Bestellen Sie jetzt bei Ihrer Bank Visa Debit und machen Sie Bezahlen noch einfacher. Visa Debit, die Bankkarte für jede Gelegenheit. Kontaktlos, online und mobil. Ich zahle Visa.